das gibt es doch nicht ich denke was guckt denn da aus der erde da ist das füchslein irgendwie am futterplatz guckt mich groß an traut sich jetzt wahrscheinlich nicht sich zu bewegen es sitzt da und hat sich wahrscheinlich dort gemütlich gemacht gehabt dadurch dass die krähen in der nähe sind ist mir das erst gar nicht aufgefallen das ist ja 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 ja